Tour de France, allez, 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 c'est le Tour, Tour de France, allez, allez, c'est le Tour, allez, 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 c'est le Tour, Mayo jaune, Mayo vert, Mayo blanc, Mayo à point. Herzlich willkommen auf Sleven Stream Sport. Die Tour de France läuft in der Realität und natürlich läuft sie auch bei uns. Wir spielen parallel die Tour ebenfalls und zwar mit dem Team Israel Premier Tag. Wir sind bei Etappe 6 angelangt. Wir fahren nach Dijon, da kommt doch der leckere Senf her, aber der interessiert uns heute nicht. Heute interessiert uns eher, wie es im Kampf um Grün aussieht, denn Pascal Ackermann muss jetzt heute wirklich mal abliefern. So, der Zwischensprint steht an. Wir werden gleich mal alle Zuordnungen hier auflösen, dass die Fahrer auch alle wirklich vorne bleiben. So, und jetzt bereiten wir das ganze Ding wieder vor für Ackermann. Ihr kennt das Spielchen. Stewart als direkter Anfahrer, Boywin davor und dann vielleicht noch ein, zwei Fahrer davor. Was wir jetzt allerdings mal anders machen als die Sprints davor. Aber ich möchte jetzt mal gerne Ackermann eigentlich an jemanden dranhängen. Also sprich, dass er nicht von Stewart angefahren wird, sondern von einem Kontrahenten. Wenn sich denn da einer anbietet. Hier haben wir Bauhaus. Das muss sich natürlich frühzeitig dann anbieten. Das macht sonst keinen Sinn. Denn wir haben gemerkt, es macht wenig Sinn mit Ackermann hier, mit Stewart da anzufahren für Ackermann. Ja, aber es ist schwierig. Ich habe eine gute Position da jetzt umzuswitchen. Ist irgendwie auch nicht so sinnvoll. Ne, wir fahren es jetzt doch wieder selber an, oder? Das ist so eine gute Position. Wir sind ja auch, es ist ja auch nicht so, dass jemand gerade schneller ist. So, jetzt kommt Thunderpool nach vorne. Also wir sind ja vorne. Das macht keinen Sinn. Wo sollen wir uns jetzt dranhängen? An Philipsen wahrscheinlich. Aber da bin ich ja jetzt weiter vorne. Also wir probieren es jetzt nochmal. Wir fangen jetzt an zu sprinten. Wir gucken jetzt mal. Stewart hat 57 kmh. Philipsen hat 58. So, jetzt fangen wir an zu sprinten. Und Stewart verliert sofort an Geschwindigkeit. Jetzt hat er 59. Also er verliert nicht selbst an Geschwindigkeit, aber im Vergleich zur Konkurrenz. Er ist bei 69 einfach. Mats Pedersen ist einfach bei 69. Wie kann der 10 kmh schneller sein? Philipsen ist bei 57. Der ist also noch langsamer als wir. So. Und jetzt muss Ackermann vorbeiziehen. So, Ackermann. Das muss doch jetzt mal gut geklappt haben für uns. Der muss doch einbrechen, der Pedersen. Der bricht nicht ein. Aber okay, immerhin. Grünewegen ist vor uns. Bauhaus ist vor uns. Pedersen ist vor uns. Das hat jetzt einigermaßen gut geklappt tatsächlich für die Verhältnisse hier, die wir sonst haben. Damit können wir zufrieden sein. Mit dieser Ausbeute hier. Das ist doch gut gelaufen. Wo sind wir gelandet hier? Platz 8 am Ende. Demar und Van Poppel noch vor uns. Okay, die habe ich nicht vor uns gesehen. Aber gut zu wissen. Achter. Mit 8 Punkten Achter. Genau. Sehr gut. Okay. Immerhin hoffen wir mal, dass es im Zielsprint dann noch etwas besser läuft. Tour de France. Allez, allez, allez. So, immer ca. 20 vom Ziel baue ich meinen Zug auf. Ihr seht ihn. Guy beginnt immer vorne ohne viel Einsatz. Er fährt einfach mal vorne als Lock rum. Und wenn sich das ein bisschen gefunden hat, wird er auch abgelöst. Das ist jetzt dann der Fall. Dann geht Guy nach hinten ans Hinterrad von Ackermann, damit er keine Zeit verliert. So, und jetzt versuchen wir uns mal vorne zu behaupten. Und je nachdem, wie die Situation dann ist, so 4, 5 Kilometer vor dem Ziel, entscheiden wir uns dann, ob wir den Sprint selbst anfahren oder ob wir uns wirklich mal irgendwo hinten dranhängen. Weil das wäre natürlich wahrscheinlich die perfekte Lösung, wenn wir uns an einen Sprinter dranhängen, der wirklich auf Siegkurs ist und dann kommen wir vielleicht noch vorbeigesprintet. Das wäre so ein bisschen das Traum-Szenario. Ob das hier umsetzbar ist mit diesem Sprint-Bug, weiß ich aktuell nicht. Aber mit dem Selbstanfahren, und ich meine, so viel können wir auf jeden Fall mal sagen, hat das bis jetzt auf jeden Fall nicht so gut funktioniert. So, Sturz von ein paar Fahrern, die spielen aber keine Rolle im Massensprint. Ist also kein Problem. 9 Kilometer noch. Wir haben also wieder eine unglaubliche Manpower. Das wird kein Problem sein, das durchzuhalten. Wichtig ist aber für uns jetzt eigentlich auch gar nicht, das komplett durchzuhalten, sondern einfach unseren Sprinter wirklich in eine gute Position zu bringen. So, wo bietet sich jetzt jemand an, wo wir uns dranhängen können? Wir sind schon wieder das beste Team. Schaut euch das mal an, wie wir das hier dominieren. Das bietet sich für mich jetzt gerade wieder nichts an, sich wo dran zu hängen. Jetzt kommt links jemand vorbei. Das wäre doch jetzt mal eine Möglichkeit. Aber das ist kein Sprinter. Das sind nur die Anfahrer für Sprinter. Jetzt haben wir die letzten 5 Kilometer. Ja, wir müssen es wieder durchziehen. Wir müssen es wieder durchziehen. Jetzt kommt rechts ein schneller Zug. Das ist der für Philipsen. Ja, das ist das richtige Hinterrad natürlich. Ja, vielleicht ist das jetzt mal die Möglichkeit für uns. Ackermann, häng dich dran an Philipsen. Oh, jetzt ist Philipsen plötzlich da hinten. Und das ist immer die Gefahr. Jetzt gehe ich doch wieder zu Stuart. Verliere natürlich ein paar Meter. Ja, das hat uns jetzt den ganzen Sprint verhauen. Jetzt hängen wir uns an Deli dran, den belgischen Meister. Hier sehen wir Philipsen. Ja, dann nehmen wir doch Philipsen. Meine Güte, das ist vielleicht ein Chaos. Jetzt nehmen wir das Hinterrad von Philipsen und hoffen einfach mal, dass der uns nach vorne treibt. So, jetzt sprintet Philipsen los. Wir sind mit Ackermann noch einigermaßen am Hinterrad. Und jetzt plötzlich verlieren wir komplett den Kontakt. Ja, und kommen wahrscheinlich nicht mal unter die Top 20. Schaut ihr das mal an. Deli wäre das richtige Hinterrad gewesen, aber wir wären wahrscheinlich trotzdem nicht vorne reingefahren. Komplett chancenlos am Ende. Ja, wir wären sogar 20. Dahinter Wingegott. Hauptsache der ist noch vor uns gesprintet. Unfassbar, diese Sprints hier im neuen PCM24. Wirklich, wirklich notwendig, dass es hier einen Patch gibt, weil die Sprintetappen kann man sonst eigentlich wirklich überspringen. Unglaublich. Unglaublich, wirklich. So, in Gesamtwertung hat sich nicht wirklich was verändert. Das sind bloß Positionsänderungen von Fahrern innerhalb der gleichen Zeit. In der Punktbewertung führt Philipsen weiterhin jetzt vor Deli. Der hat natürlich ordentlich aufgeholt. Ackermann weiterhin auf der neuen. Ist chancenlos. Muss man einfach uns eingestehen. Wir brauchen irgendwann mal so einen Sieg auf so einer Etappe. Ansonsten wird es schwierig. Wie geht es weiter morgen? Ja, mit dem Zeitfahren. Die Disziplin, die ich überhaupt nicht mag. Aber wir werden sie zocken. Wir müssen da durch. Und Derrick G ist ja zum Glück nicht so schlecht im Zeitfahren. Bis morgen. Aufs Levin's Dream Sport. Tour de France. Allez, allez, allez. C'est le tour. Tour de France. Allez, allez. C'est le tour. Allez, allez, allez. C'est le tour. Mayo jaune. Mayo vert. Mayo blanc. Mayo à point. Mayo. Mayo. Vielen Dank.